Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, ich bin wieder der Avenger und ja ich freue mich schon tierisch wieder, wenn ich hier wieder starten darf, ich hoffe ihr auch und wie schon gesagt, wir haben eine erhöhte Plattform gewonnen, haben ja einen Russen getroffen, der jede Menge Medikamente dabei hatte, wenn ihr euch jetzt fragt, vielleicht habt ihr so in den Comments reingeschrieben, ich habe ja noch keine Möglichkeit gehabt, das nachzulesen, meine Freunde, ich habe das ja direkt jetzt weiter aufgenommen, auf jeden Fall, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich glaube mit diesem Typen haben wir mit Sicherheit noch zu tun, also warum ich ihm die Tasche gelassen habe, ist der ganz einfache Grund, wenn wir ihn jetzt bestohlen hätten, der wäre wahrscheinlich zu seiner Gruppe gelaufen und ich bin mir felsenfest sicher, dass er eine Gruppe hat, weil mit dem Handicap wäre er alleine nicht so weit gekommen, das glaube ich nicht, der wäre schon längst nicht mehr am Leben, auf jeden Fall, wir erinnern uns, Season 1, wir haben aus dem Auto was genommen, was uns nicht gehört hat, das hat uns in ziemliche Schwierigkeiten gebracht, also beziehungsweise wir haben es ja nicht genommen, aber die Gruppe hat es genommen, Kenny hat es natürlich dankend angenommen, das Zeug, für die, die es nicht wissen, würde ich mal sagen, wie schon gesagt, da oben werde ich die Folgen mal verlinken, nur für euch, vielleicht steht ihr unten in der Videobeschreibung, müsst ihr mal gucken, wenn nicht, dann füge ich sie nachher wieder ein und ja, ohne groß rumzulabern, wir starten jetzt weiter, weil wir waren nämlich auf der Suche nach Bonnie und Mike, 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 ich meinte Mike wäre es gewesen, okay, alles klar, wir laufen jetzt einfach mal in die Richtung, weil ich glaube, weil ich glaube, jetzt mit Kenny reden und so, das wäre jetzt keine gute Idee, zumindest, wir müssen jetzt ja schnell machen, die Sarah sitzt immer noch da rum, also ich möchte jetzt mal meinen, dass das Kenny und ich und so momentan noch viel, viel mehr durchgemacht haben, wie sie und hier steht es schon ein bisschen an, aber ich kann es halt nicht wissen. Das ist kein Problem, wem noch so helfen möchtest, ähm, da sind schon wieder Kanonen, ich mein, ne? Jane said these don't work anymore. Nah, they're just for show. Be handy, though. Also really loud. Good point. Hm. Die Knarre würde ich mitnehmen. Was ist das? Ist das eine Jacke? Hey, look at this. An old coat. Nice. Good fun, Clem. You should hang on to that. It's gonna get a lot colder before it starts getting warmer. And someone could use it. Maybe I could give it to Rebecca. That's a good idea. I'm sure she'll really appreciate it. Hm. I guess you've already got that old coat I gave you. I feel so bad about everything that happened. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I'd blame you if you did. I haven't always used the best judgment. It seems like you're with us now. That's what matters most. Clem found a jacket. Okay, that's great. But isn't Gray the, you know, uh... We can't put Rebecca in the confederate coat. Oh, no. I don't think Rebecca. I guess it's better than nothing, though. Okay, der hat jetzt eine Anspielung darauf gemacht, ähm, dass die Jacke von den Konfederaten war. Die waren nämlich für die Versklavung. Soweit ich das noch weiß, der Andrew weiß es bestimmt besser, obwohl ich... Ähm... Ich, ich, ich beziehe mal den Tolly mit ein, weil er, weil er ein Amerikaner ist, gebürtig. Ähm, natürlich kann ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass er die Geschichte kennt. Möchte ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, es wäre halt keine gute Idee, hat er gemeint, der Rebecca zu geben, weil sie halt schwarz ist. Und das war damals ein Zeichen, also, beziehungsweise die Schwarzen wurden damals versklavt. Und die Konfederierten waren da für die Versklavung. Das war damals ein Bürgerkrieg. Der war zwischen der Confidential Army und der Konfederierten Army. Und, ähm, die zwei haben halt, also die Nord- und die Südstaaten, die haben sich halt bekriegt, weil die einen halt der Meinung war, äh, die Versklavung ist von Arsch. Und die anderen dachten halt, Versklavung ist cool. Und deswegen, also irgendwie sowas war es. Und das war auch die Zeit von Abraham Lincoln und, äh, Wahlen und, keine Ahnung. Also, wie schon gesagt, ich krieg das immer nur von Filmen mit. Genau, kann ich es euch natürlich auch nicht sagen. Auf jeden Fall, damit ihr den Zusammenhang versteht. Ich denke mal, das habt ihr jetzt. Ich hoffe, ich konnte es gut genug erklären. Ich sage dir, ich würde sicher nicht gerne in einem Schrank sein, wenn wir das Welt so wie es ist. Wie es sind jetzt, du bist immer in einem Schrank. Ich meine, ich könnte jetzt noch ewig rumlaufen, aber ich habe halt mal echt keine Ahnung, was sie jetzt gerade von mir erwarten hier. Man sollte halt echt einfach mal aufpassen, wenn man... Gibt es so leichte, ich meine, die stehen ja die ganze Zeit hier rum und ich laufe wie die ganze Zeit blöd durch die Gegend. Ähm, ja, aber wie schon gesagt. Ähm, ähm, ähm. Wir gucken halt noch mal. Wir gehen einfach mal in die Tür da hinten rein. Vielleicht finden, ne, wolfe... Ja, 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 machen wir jetzt erst mal. Gehen wir erstmal in die Tür rein. Das macht's ja jetzt automatisch, brauch' ja nichts machen. Keine Mal dort neben. Oh, das dauert ja, bis die da ist. Ach ja, ich finde ja die amerikanische Geschichte viel, 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 viel interessanter wie die deutsche, weil in Deutschland geht es immer um dasselbe fucking Scheißthema. Zweiter Weltkrieg und wie böse wir ja waren und was wir der Welt alles noch schuldig sind. Aber wie schon gesagt, da muss ich die eigene Meinung bilden, ob wir Kinder jetzt wirklich für die Sünden unserer Vor-vor-vor-vor-vor-vor-vor-vor-vor-vor-vor-vor-vorververververantwortlich sind. Seid es einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall, die amerikanische Geschichte wie zum Beispiel der Bürgerkrieg oder der Unabhängigkeitskrieg gegen England, wo sie sich praktisch als Kolonie abkapseln wollen. Das war schon... Ne, also das sind schon echt coole Sachen. Oder die ganzen Präsidenten, die sie haben, ne, diese Patriotismus, ich finde es. Amerika ist einfach cool. Oh no. Oh no. Oh no. Jetzt hab ich dafür gesorgt, dass jemand stirbt. Jetzt hab ich dafür gesorgt, dass jemand stirbt. Oh no. Oh yeah. Ähm, hallo? Oh. Oh no. Oh no. Ich weiß, wie sie sich fühlt. Ich, äh... Na? Oh, starkes Mann. Sehr starkes Mann. Mhm. Sehr gut. Ich glaub, die sind bestimmt 10, 20 Kilo schwer. Oh no. 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 Ich habe mich schon mal der Idee. Ich lege mich noch lassen. Wir können Gerpolitik essen? Ich gebe wirklich die HPerマen. Wenn ich das so lebe über die Gerichte verd Orientieren gehe. Wenn er jetzt Tollwut hat, oh no. Hm. I'm even hungry than I was before. How did I get to a place where I'm sad I'm not eating raccoon? Well, I'm sort of glad it got away. It had a family. Yeah, me too. Come on, let's just get this back to Rebecca and the others. We don't have much time to waste. Well, as I said. You're telling me your arms ain't tired? Nope. I can do this all day. Nooo! Shit, shit! Oh god! Breathe like I told you. Okay, 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 okay. Oh my fucking god. Holy goddamn. We must go on. Oh shit. Shit, walkers. How did they get that close without anyone seeing her? What the hell was Luke's? Kenny, we've got to do something. You just keep that baby safe. Kenny? You can't stay here? Hello? Where's the place you and Jane found? I'll show you. Good. Someone help me out. Oh god, there are so many. We've got to get out of here. Mike, the water! On it! Sarah, let's go! Naja, wenigstens kommt. Das ist doch schon mal schön. Und Kenny lässt sich jetzt richtig aus. Der, der hat jetzt Spaß. Der macht jetzt hier alles verreckt. Man, der hat jetzt nicht gerade die beste Waffe dabei, aber... Ich denke, er ist okay. Er verliert es. Ich meine, das... Das ist nicht... Lass uns gehen, bitte. Er macht es, um es zu retten. Klar, aber... Kenny! Verdammt! Hm. Er hat es dafür entschieden, weiterzuleben. Finde ich sensationell. Äh... Oh, okay. Nice to do. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt das Plateau verteidigen sollen, weil da gibt es nur einen Weg runter, ne? Er ist ungefähr so menschlich, wie ich in einem langen Tag fühle. Und ich habe fast vergessen, wo... Clementine! Ja, Clementine! Jesus, Clem... Es ist nicht... Um... Was ist passiert? Well... Uh... Ich meine... In hier. Let's get you comfortable. What the fuck are you two doing up here? Kenny! What's going on? We got god knows how many walkers out there, which you were supposed to be keeping an eye out for. Hey! Hold on a sec. Just tell me what's going on. What's going on is you're a reckless fucking moron. We need everyone out here! I'm going outside. I'll help hold them back. Go! I've got Rebecca. Here they come! Here. We can't let them up here. Why the gun gun? Why the gun gun? Go with the gun at the ground and shoot... Just shoot through the heads. I'll help you through. Yeah, there comes the end boss, man. Oh, hervorragend. What the fuck is going on out there? Runter von dem scheiß Deck, alter! Was? Oh no! Nein! Ist der Reds runtergekriegt? Nein! Nein! Fuck! Fuck! Hurry! I can't hold on! I can't hold on! Ah! Help me! Help me! Help! Come on! Help! Take my hand! No! No! Don't! 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 Ah! Fuck it! I know I had to save her! We would have saved her! I know. Aber ich wünschte, es wäre anders. Oh Scheiße. Sie sind hochklappen. Was? Sie werden es hier hochklappen. Was? Diese Scheiße enden? Wir müssen den Rest des Decks brechen. Sie ist richtig. Sie ist richtig. Schrapp das ganze Deck. Schrapp das... Bist du verrückt? Harald, wir werden das tun. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Oder ballern. Oder so ähnlich. Oh vielleicht? Bist du verrückt? 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 Oh Scheiße. Aber Sarah ist tot. Aber ich glaube, die wäre auch so gestorben. Ich weiß ja auch nicht. Da muss sie jedes Mal Gedanken machen. Und so schnell handeln. Das kann doch kein Mensch Mensch. Also Mensch Mensch Mensch. Hier Mann. Äh. Äh. Tod? Tod? Kein Schreien? Nein? Tja. Hat doch sehr gut funktioniert. Schönes Ding. Mhm. Außer dass wir Sarah verloren haben. Und äh. Wir keinen Weg darunter finden. Nicht äh. Sind total ohne Lebensmittel. Aber Wasser haben wir genug. Schön. Haben wir diese Bobb nicht hoch genug? Hey Clementine. Hey. Wie geht's? What are you doing? He's perfect. Who's a perfect little man? Who's the most perfect little man in the whole world? You are. That's right. You are. He looks like Alvin. You think so? Definitely. Thank you. I'm fine. I'm fine. I just wish I could get more. Glenn. Why don't you give her that coat we found? Sorry, you know, about the color. You really think I care about that? Do you want to hold him? I don't know how. It's easy. Just keep him close and support his head. Shh. 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 There you go. You're natural. Look at you. Like a big sister. Here. Let me take him. You both should rest. Especially you. When's the last time you slept, Kenny? About two years ago. I'm fine. Oh, scheiße. Ja, und sie macht es jetzt ab, hm? Oh, scheiße. Was machst du? Hör, ich bin sorry, ich muss gehen. Was für Luke? Was für ihn? Sie sind nicht... Schau, Luke ist ein guter Mann, aber es ist nicht so. Und es kann nicht so sein. Oh. Well, das ist es dann. Du weißt, Jamie, Sarah... Ich werde nicht mit dir sein, und... Und was sollte dir auch passieren? Du weißt, die Zahl. Du bist ein guter Mann. Aber ich dachte, dass du mir glaubst. Ich glaube. Aber ich gebe dir genug Zeit, dass du siehst. Sie sehen. Ich habe diesen Leuten alles. Sie haben mich sicher. Sie haben mich geschehen. Sie haben mich geschehen. Ich würde hier nicht ohne sie sein. Sie können dich immer sicher sein. Keiner ist immer sicher. Du schützt dich selbst. Ich meine das. Hier. Versatilität ist nicht überrated. Danke. Ja. Ich ähm... Ich muss gehen. Ich dachte da kommt noch was. Ach shit. Hey. Ich dachte, du wärst in der Zeit. Du bist okay? Ich bin okay. Okay. Good. Es ist eine hellige Nacht. Temperaturen sind. Wir sind auf dem Essen. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Zeit bleiben. Für Rebekah und die Baby. Also, ich denke, als es geliebt wird, Jane und ich müssen uns überlegen. Wir schauen, ob wir einen Ort finden können. Wir schauen, ob wir einen Ort finden können. Was? Jane left. Für gut. Was? When? Just now. Bist du ernsthaft? Sie hat nichts gesagt, um mich zu verlassen? Was ist das? Was? F**n! Bist du besitzt! Keep it down. Sorry. Sorry. Jane ist weg. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? Gott! Gott, ihr wisst. Just... Lass rein. Nein. Wir legen unsere Leben. In diese Baby ist die Gefahr. So ihr, wir können zusammen mit Segen. Wie! Schau, ich habe ein Fehler gemacht, okay? Nein, das ist nicht okay. Was willst du von mir? Du bist beide ausgleichen wie verdammt. Alles du bist, ist zu kämpfen. Schau, ich bin sorry, okay? Ich habe mich verletzt. Aber du weißt, Jane? Sie hat eine Offer gemacht, und Jesus Christus, ich brauchte ihn, okay? Ich meine, schau dich rund um, okay? Alles ist schade, also forgive mich für einen Moment oder was anderes. Okay, aber dieser Baby, er ist das, was jetzt interessiert. Ja, gottet? So get your shit together. Jenny, woher ist mein Baby? Ist alles okay? Alles ist okay. Wir brauchen einen guten Ort, um ihn zu fahren, was nicht hier ist. Wir müssen aufhören. Wir gehen nach Nord, gehen nach Wellington. Das ist unsere beste Schuss. Es gibt eine Stadt über dem Riefer. Es könnte sicher sein, da. Oder zumindest es könnte ein gutes Stoppeln der Weg. Kenny! Ich bin sorry. Oh man, ey. Wie geil ist das eigentlich? That could be a whole town full of supplies, and not that far from you. Whole lot better than here anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first line. Whoa, whoa. What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days at the least. We've got that baby formula. That won't help the rest of us. And what about shelter? We'll freeze out here. Luke's right. She needs to rest. We should wait a few days. Maybe that's for the best. We don't want to push Rebecca too hard. Just give me a day or two, Kenny. I'll be fine. This is a mistake. But we should all try to get some sleep. It's been a long day. Sorry. Okay, Bex. It's gonna be alright. Okay. Scheint weiter zu gehen. Okay. Okay. Scheint weiter zu gehen. Oh, die sieht scheiße aus. Ich glaube, die hat irgendeine Infektion davon getragen. Ich habe keine Ahnung, du bist einfach zu hören. Du musst dich aufhören. Du musst dich aufhören. Du musst sie zu schwer. Ich mache nur was, wie immer. Du bist nicht helfen, mit dem Argo. Also, du bist mit mir zu warten, um zu gehen. Du bist mit mir zu warten, um die Kirche zu gehen. bis heute. Oh, hier. Hier ist ein Ort. Rebecca, lass mich den Baby nehmen. Er ist okay. Ich habe ihn. Nein, du restierst für einen Moment. Ich will ihn. Back off, Kenny. Sie sagten, dass du nicht den Baby nehmen willst. Geh dich überraschend, okay? Ich bin nicht überraschend. Ja, du hast schon. Und nicht gerade jetzt. Kenny weiß, was er macht. Er ist ein Vater vorhin. Das ist nicht das, was ich überraschend war. Hallo? Was ist das? Arvo? Arvo? Jane und ich kenn ihn auf dem Observation Deck. Bevor alle anderen kamen. Du kennst diesen Scheiße? Was willst du? Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Hallo? Bitte? Ich mag das nicht. Wir sollten ihm helfen. Wir müssen ihm ein bisschen helfen. Ciao. Hallo! Warum ist ihr Clementine? Ja? Hallo, Arvo. Hi, Arvo. Sie sind die Freunde? Ich hoffe, dass du mir helfen kannst, jetzt nicht wie früher. Wir haben alle. Ich weiß, dass du dir helfen kannst. Wie geht's dein Freund? Freund? Nicht so gut. Ich brauche Dinge für... Bandages. Ich brauche Bandages. Bist du dich verletzt? Nein. Oh, dieser verfluchte Bastard. Das kann es ja letztlich sein. Das sind sie? Ja, das sind sie. Tell sie ihnen, dass sie ihre Brust auf den Boden legen. Und wir holen alles, was sie haben. Was willst du machen? Ich weiß nicht, dass es ihnen nicht gab. Vielleicht haben sie keine Probleme. Wir haben keine Probleme. Ich sagte ihnen, dass du die, die mich robben. Sie denken, dass es lustig, dass du nur eine kleine Mädchen bist. Robben? Und sie wollen dich und deine Freunde schnauern, so we can take your things. Woah, woah, hang on now. What the hell? Why get excited? Clementine? You robbed this guy? It wasn't me who took your stuff. It was Jane. It wasn't any of us. Jane? Where's the other woman? What happened? There were two before. One? I don't see a woman who was with you. Where is she hiding? She's gone. She left the group. It's a trap. I know it. They're hiding. I know they're hiding. Hey, hey, hey. This can be easy for you. Arvo, tell me they left the weapon. All of you. Just put your guns down. This will be fine. Fine, my ass. Listen, Arvo. Why are they not listening? We have a baby. You have a baby with you? They have a little girl. If you know what's good for you, just use the weapon. Just use the gun. There's too much. Bricko, come here. Drop that now or I'm gonna fucking shoot it. I'll do it. Drop it. Drop it. Don't fucking... Don't move. I said don't move. Do you want to die yet? Do you want to die yet? Don't miss me. Everybody be cool. This doesn't have to go down like this. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. I don't want to die yet. I don't want to die yet. But I will. You make me. Don't make me do it. Look at me. Do you hear me? Help! Rebecca, no! Sheesh. Nobody. Nobody. No! Oh my fucking God. Oh no. Who is this a cliffhanger? Ich hab's gewusst. Und... Alter und da... Da kommt nicht mal... Was hat's nächstes passiert? Oh... Mann! Mann, 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 Mann! Scheiße. Jetzt bin ich selber total überrascht von dem... Von dem ganzen Scheiß hier. Okay. Also, geben wir mal die Entscheidung durch. Ich find's mal wieder krass, dass wieder kein... Äh... Kein... Kein Blick auf das kommt, was noch passiert. Okay. Left Sarah at the Trailer Park. Okay. Also, ich und 40,6% der Spieler haben Sarah beschützt. Beziehungsweise sie dazu gebracht, dass er den Trailer Park verlässt. Boah. Was mich erschüttert, ist, dass über 50%, also... 59,4%, äh... sich dazu entschieden haben, Sarah nicht zu retten. Das ist schon echt erschreckend, eigentlich. Äh... Ja gut, das ist... Ich mein, das ist jetzt ein Game und keine Realität, aber... Ich hätt's auch in Real Love nicht gemacht, also... So, Compassion. Robbed Arvo. Ich und 52,4% der Spieler, äh... Refused to steal from Arvo. Also, wir haben uns ja dazu entschieden, uns... Also, äh... Uns nicht an Arvo zu bereichern. Am Arvo zu bereichern. Nein, an... Also, wir haben uns dazu entschlossen, ihn nicht zu beklauen. Ähm... Wie schon gesagt, also... Ich und 52,4%, also da... Da sind zumindest über die Hälfte mal ein bisschen moralisch und haben nichts geschohlen. Ich wusste, dass dieser Typ nicht alleine ist. Verdammte Kacke. Ich dachte aber, der lässt uns in Ruhe, wenn wir da... Okay. Selbstlosigkeit. Das hatten wir es jetzt mal schon. Selflessness. Äh... Crawl... Äh... Through... Ticketbooth. Ähm... Ah, ich glaub, das war, ähm... Da, wo sie versucht hat, die Tür zu öffnen. Haha. Okay. Also, ich hab jetzt... Also, ich und 50% der Spieler haben Bonnie dazu gebracht, zu schauen, ob die Tür... Ähm... Verschlossen ist. Geh ich jetzt mal von aus. Also... Ne... Hätte ich mich wieder mal entschieden, da rein zu gehen. Wer weiß, was passiert wäre. Also, wie schon gesagt. New Turing. Keine Ahnung, was das heißt. Help the Baby. Okay, ich glaub, da geht's darum, ob wir... Wie viele Leute sich dazu entschieden haben, das Baby zu halten. Denk ich jetzt mal, dass es das ist. Also, über die Hälfte haben sich dazu entschlossen. Find ich schon mal gut. Survivalism. Shoot Rebecca. Also, ich hab sie nicht erschossen. Es... Also, ich und 57,1% der Spieler, die haben uns entschieden, Rebecca nicht zu erschießen. Das haben wir dem Ken überlassen. Ähm... Und wie schon gesagt, ja... So viel zu meinen Entscheidungen. Kommt da jetzt noch was? Oder ist es jetzt... Ist die Season jetzt... Also, der... Die Episode vorbei. Das weiß ich eben nicht. Hat das Spiel grad einen Hänger, oder... Ah ne, es lädt. Das ist schon mal schön, dass es lädt. Ne, es kommt direkt... Äh... Kommt direkt die Endcard. Ja gut. Okay, warum nicht? Ähm... Ich mein, wir haben auch schon die 35 Minuten schon wieder geknackt. Plus Minus Intro ist es dann echt lang genug. Wie schon gesagt, ähm... Lasst mal auf jeden Fall wieder mal einen Kommentar, wie ihr euch, äh... Also, wie ihr es findet, dass ich mir entschieden habe, auch, äh... Rebekah persönlich zu erschießen, ob... Es wirklich... Ähm... Notwendig gewesen wäre, die Medikamente zu klauen. Vielleicht hätte dann Rebekah überlebt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal auch dafür entschieden, ähm... Es nicht zu tun. Ähm... Aber wie schon gesagt, das liegt jetzt bei euch. Ihr könnt euch mal Gedanken darüber machen. Schreibt es auf jeden Fall in die Comments. Ich bedanke mich wieder mal recht herzlich fürs Zuschauen. Das war wieder eine aufregende Episode. Ähm... Mir geht das immer ganz besonders an die Pumpe, weil... Ich mich halt in echt vieles reinversetzen kann. Wenn man halt erwachsener wird, dann ist das einfach so. Dann denkt man über andere Sachen ganz anders danach. Aber das kriegt ihr auch noch... Kommt ja auch noch dahinter. Wie schon gesagt... Das Liken nicht vergessen. Oder Disliken. Wenn ihr Disliken, bitte begründen. Ihr wisst warum. Ich habe es schon mal erklärt. YouTube-Algorithmus und so. Und, ähm... Ja, für die, die nichts mehr verpassen wollen. Die auf gar keinen Fall, äh... Irgendeinen anderen schauen wollen außer mich. Die abonnieren mich am besten. Dann seid immer aus dem neuesten Stand und verpasst keinen meiner Folgen mehr. Ja... Wie schon gesagt... Wir sind am Ende. Ich lasse das jetzt nicht durchlaufen, weil ich glaube, das haben wir jetzt oft genug schon gesehen. Ähm... Wie schon gesagt... Haut da rein. Bleibt anständig. Baut keinen Scheiß. Und habt noch einen traumhaften Tag, wann auch immer euch ihr das Video gegönnt habt. Und, ja... Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dahin. Servus... Alter... Schwede. weil du... wie still... Hades 0 Teufel. Hades 0 Untertitelung. BR 2018